Ich werde mir jetzt hier erstmal dann direkt mal meine ersten Steinsachen basteln, wie zum Beispiel, ich mach jetzt hier direkt mal zwei Äxte und... Boah, ja, komm, lass mir jetzt erstmal zwei, wir müssen es ja nicht übertreiben. Und eventuell noch eine... Huch. Ähm... Ja! So viel dazu. Scheiße! Was mache ich denn bitte mit so vielen Schaufeln? Ähm, ja. Ich würde sagen, unser Schaufelvorrat für die nächsten 100 Jahre ist erstmal bedeckt. Ach du Scheiße! Was haben wir denn dabei gedacht? Ja, dann brauche ich jetzt erstmal natürlich eine Kiste. Warum ist eigentlich der hier... Ist das eigentlich eine gute Idee? Warum eigentlich nicht, oder? Ist doch eigentlich scheißegal. Dann mache ich jetzt erstmal so. Und dann mache ich auch hier direkt die Kiste. Geht das überhaupt? Okay, das sieht aber wiederum ein bisschen scheiße aus. Ne, das gefällt mir so nicht. Das heißt, ich werde auch den hier wegmachen. Und erstmal das Ganze hier etwas vervollständigen. Nämlich so und so. Du kannst jetzt erstmal wieder zubleiben, bitte. Und dann baue ich jetzt hier direkt mal einen Turm drüber, weil mich das sonst irgendwie nervt. Sieht schon besser aus. Und dann setze ich meine... Ja, jetzt muss ich erstmal wieder was wegschmeißen. Und zwar... Das da. Dann setze ich mir hier unsere Kiste hin. Dann kann ich ja eigentlich... Ach! Geht doch mal weg. Da, wo ist mein Crafting-Ding? Da. Genau, dann kann ich jetzt... Also den setze ich dann einfach in die andere Ecke. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich mir jetzt noch eine Kiste, weil dann haben wir eine doppelte. Dann haben wir auch gleich mal ein bisschen Übersicht hier. Die setze ich dann da hin. So, dann hole ich mir erstmal da drüben mein Holz wieder. Und jetzt darf ich einiges an Schaufeln hier erstmal reinsetzen. So, ich sage ja, das ist jetzt ein Jahresvorrat an Schaufeln. Das war irgendwie echt nicht so geplant, könnte man sagen. So, ich werde... Eine Schaufel habe ich dabei, das muss erstmal reichen. Dann setze ich direkt jetzt mal meinen Ofen hin. Das heißt, ich muss mit meinen Steinen, die ich hier habe... Ja, die ich jetzt natürlich nicht mehr habe, weil ich sie alle in eine Schaufel investiert habe. Scheiße, und es wird Nacht. Und ich wollte eigentlich, bevor das passiert, ein bisschen produktiv noch sein. Scheiße, Gottverdammt nochmal. Okay, dann müssen wir... Jetzt nochmal zurück. Schauen, dass wir irgendwie nicht auf irgendwas Böses stoßen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir jetzt hier gleich auf was Böses stoßen. Ich setze jetzt hier mal eine Fackel hin. So. Und jetzt können wir uns aber dafür auch endlich das ganze Eisen hier abfarmen. Oh. Ja, das sollte ich vielleicht hier nicht unbedingt machen. Ansonsten habe ich das gleich verloren. Deswegen werde ich jetzt hier Trick 17 machen. Oder auch nicht. Obwohl... Ach, da kann ich auch einfach runter. Schössst du drauf. Ähm, erstmal mal... Äh, halt falsch. Also, weil ich den hier weg... Der ist jetzt hier ein bisschen im Weg. Dann mache ich mir jetzt hier einen Weg runter. Ja, passt auch. Und dann kann ich mir hier das Eisen farmen. Perfekt. Das Eisen brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Und dank der Steinpick-Axt geht das jetzt hier auch einfach mal ein bisschen schneller. So, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich mit hier mir meinen Stein farmen soll. Ob ich jetzt direkt wieder zurück soll, weil wir hätten ja schon genug für den Ofen. Ist halt gefährlich, was wir jetzt hier gerade machen. Aber wir leben ja immer auf gefährlichem Fuß. Ich glaube, das reicht. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen. Ich möchte jetzt nicht zu viel riskieren. Unsere Erfahrungspunkte haben wir natürlich verloren durch den Tod. Oh, oh. Da habe ich irgendwas gehört. Spring! Yes! Wow! Das war aber knapp. Oh, shit! Au, 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 au. Warum bist du ätzend? Ich verpiss dich. Scheiße, das ist halt ohne Schwert ein bisschen ätzend. Oh, nein! Shit! Ah! Springt die mir voll in die Fresse, ätzendes Vieh. Komm, hopp! Hopp! Ja, gut. Okay, juhu! Wir haben schon ein Level Up. Äh, ich muss ganz, 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 ganz dringend jetzt hier... Oh, du dummes Handy, ey! Kannst du mich vielleicht mal nicht so erschrecken? Das ist ja widerlich hier. Ah! Wow! Du Hure! Du verdammte kleine Spinnenhure! Weißt du, wenn ich... Wow, wenn ich deine Mutter finde, ne? Alter! Boah! Das Nest dieser Spinne muss ich ganz dringend finden. Und mich daran rächen, dass sie jemals geboren wurde, wo wir erreicht sind. Sie muss jetzt hier alles dicht machen. Darauf, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Boah! Echt mal! Wie kann denn... Die Spinne ist wagen! So. Boah, Mann, ey! Aber dann haben wir auch wenigstens jetzt gleich Ruhe. Ja, das war natürlich auch super sinnvoll. Oh, direkt so ein Schocker, ey! So, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Okay, was hast du dir dabei gedacht hier? So, also da dürfte jetzt rein theoretisch niemand mehr rauf. Rein. Oh! Oh, du! Oh! Oh Gott, nein! Nein, nein, nein! Oh! Oh, mein! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Oh! Oh, was seid denn ihr... Oh, ey! Was ist denn das, ey? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, ey! Oh, ihr kleinen Nutten, ey! Ich kann es ja nicht glauben! Alter, da kriege ich den Schrecken meines Lebens! Oh, mein Gott, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, mein Gott, ich hätte jetzt ganz gern ein bisschen Holz. Scheiße, ich will jetzt mich hier nicht mehr bewegen. Oh, mein Gott, kommt die da jetzt rein, die Spinne? Ich frage mich überhaupt, wie die da jetzt reinkamen. Wie hat die das geschafft? Oh, was ist das? Oh, Gott, und dann mit den verschiedenen Spinnen-Skins ist das natürlich extrem... Oh, was, 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 was? Ah! Ihr wollt mich doch verarschen, ey! Jetzt reicht's. Oh, mein Gott, ich bin gleich tot. Heilige Scheiße. Ich renne jetzt einfach nur noch hier rein. So. Und dann können die mich gern haben. Das ist bestimmt auch nicht unbedingt eine super Idee. Oh, fuck. Okay, das war eine ziemlich dumme Idee. Oh, Creeper, hallo! Oh, komm, oh, komm, oh, komm, oh, komm, oh, komm. Oh, ich sehe mich gleich wieder in der Lava landen. Oh, komm, oh, mein Gott. Scheiße, kann es denn nicht mal Tag werden? Jo, er ist mitten in der Nacht, weißt du. Und rennen kann ich auch nicht mehr. Fuck. Oh, Gott. Was für ein Horror. Was für ein Horror. Jetzt aber fix, komm. Schnell, bevor irgendjemand kommt. Ihu, ein Achievement, das ist mir jetzt grad übelst wichtig. Oh, Gott. Shit, jetzt hab ich natürlich keine Kohle, ne? Und ich hab auch kein Holz. Ich hab gar nichts. Super. Super. Fantastisch. Besser könnte es gar nicht laufen. Oh, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Kann ich nicht irgendwie eine Schaufel verbrennen? Fuck. Shit. Ich will doch nur mein Fleisch. Oh, mein Gott, ich hab's einfach total verkackt. Übelster, übelster Scheißstart. Oh, Gott, was soll ich tun? Ich kann absolut gar nichts tun. Fuck, 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 fuck. Soll ich's riskieren? Hier ganz schnell Holz abzubauen? Ein Holz nur? Ach, weißt du. Nee. Doch, ich mach das jetzt ganz, ich mach das jetzt ganz geschickt. Hoch, 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 hoch. Ah, nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Da seh ich... Oh, 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 oh. Was denke ich mir eigentlich dabei? Ich bin doch total bekloppt. Ah! Boah, ich hab's überlebt. Wie konnte das passieren? Oh, mein Gott. Wie konnte ich das überleben? Schnell, 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 schnell. Oh, mein Gott. Wo ist es? Da wirst du ja bekloppt in der Bude. Eintreffen noch und ich bin so vor dem Arsch. Schneller, schneller. Oh, Gott. Oh, Gott. So war das echt nicht geplant. Schnell fressen, fressen, fressen. Nee, oder? Jetzt ist es vorbei. Ah, Mann! Ja, dumm, 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 dumm. Shit. Ach, weißt du was? Komm. Oh, Gott. Ich bin total nervös gerade. Merkt man mir bestimmt nicht an. Oh, shit. Oh, shit. So war das nicht geplant, meine lieben Freunde. So sollte der Start in dieses Let's Play, auch wenn es schon Folge 3 ist, nicht vonstatten gehen. Oh, bitte. Bitte. Diese Horrornacht muss enden. Ich will nicht mehr. Fressen, fressen, fressen. Okay, jetzt füllen sich die Leben auf. Komm. Ja. Okay. Eine Sorge weniger. Uuh. Aber nur eine von vielen. Das ist nicht schön. So. Ich habe jetzt natürlich gar nichts mehr. Fuck, ey. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann nicht raus. Wenn ich rausgehe, bin ich sofort im Arsch. Oh, nee. Warum hat der Creeper eigentlich hier nichts eingerissen? Das ist echt sehr verrückt jetzt gewesen. Mein Gott, ich fühle mich echt wahnsinnig sicher. Ich könnte mich auch einfach hier reinlegen, aber... Halte ich irgendwie auch für keine gute Idee. Bitte, bitte, Sonne, beeil dich doch. Mann, ich kann nichts machen. Ich bin gerade total hilflos. Ich kann mir vielleicht irgendwas bauen. Ja, komm. Machen wir, ähm... Nee, machen wir nicht. Ähm... Uh, dann werde ich doch jetzt einfach mal mein, äh... Rüh sortiert. Ich habe ja sonst nichts besseres zu tun. Die Zeppeling tun wir jetzt hier mal weg. Dann machen wir jetzt hier... Nee, doch, ich... Äh... Ich weiß, was ich mache. Warum komme ich da eigentlich nicht gleich drauf? Ich mache jetzt erstmal was total Sinnvolles. Äh... Quatsch. Ich mache mein verdammtes Schwert. Warum komme ich da eigentlich nicht gleich drauf? So, dann mache ich mir noch ein Ersatzschwert. Einfach nur, weil ich jetzt wirklich gar nichts mehr riskieren möchte. Ähm... Das setze ich da hin. Das setze ich da hin. Dann setze ich hier meine Schaufel hin. Dann habe ich noch eine Ersatzschaufel dabei. Nee. Oh Gott, ey. Eine Ersatzschaufel bitte hier hin. Dann die Wunden-Pick-Aggs. Die können wir jetzt gleich mal dann verbrauchen. Und das hier ist meine Stein-Pick-Aggs. Die setze ich da hin. Die Stickies tun wir mal kurz hier hin. Da tue ich das hin. Da tue ich das hin. Dann könnte ich jetzt eigentlich... Das überlege ich eh gerade, wie... groß machen, wenn ich das Haus... Ich würde sagen, wir setzen mal auf jeden Fall mal eins. Warte, eins, zwei... Also hier. Dann, ja, passt. Dann kann ich hier eins einsetzen. Dann komme ich da als nächstes. Dann da. Dann da. Dann da. Ah, nee, das geht sich symmetrisch gar nicht anders. Dann müsste ich eventuell das Haus noch ein 1er weit haben. Dann mache ich mir aber gleich Gedanken. Ich glaube, ich... Geh mir jetzt gleich aufs Maule. Mir reicht's. Verrecke! Depp! Hinterlass halt wenigstens... Ah! Fuuuck!